Sunnah-Gebete von Zuhr vor Asr nachholen. Ja, das ist ja noch die Zeit von Zuhr, dass man das nachholen kann. Wenn man schon die Gebetszeit vergessen hat, dann kann man trotzdem, inshallah, Sunnah beten. Und der Prophet, als er Fajr verpasst hat, hat er trotzdem die Sunnah von Fajr gebetet.